Und willkommen zu einem neuen Gefecht in World of Opel. Jetzt bin ich mit dem Chris und hier auf der Festungskarte. Wir sind wieder im guten Mittelfeld mit unserem BSH2, wieder den Russen, weil ja eben das Spiel ist, bevor das Spiel abgekackt, dann musst du ja den Deutscher nehmen, weil der im Gefecht schon drin war. Ja, mal schauen, alles geht, nichts muss. Was man wieder für lustige Sachen erleben hier, waren ja jetzt schon ein paar lustige Dinger dabei, ne. Boah, mir brennt der Hals immer noch, das gibt's doch gar nicht hier. Boah, Wahnsinn. Ne, nur einmal husten, Alter, und schon ist der Hals komplett im Arsch. Ach, sch. Geht gar nicht hier. So, und in fünf geht's los hier. Sechs, gut. Auf, wie geht's. Hol sie dir, jawoll. Hol mal so uns, die Pisser. Von oben, von unten, von links, von rechts, zack. Äh, andersrum. Mist. Mach mal jetzt einen Frontalflug hier drauf. Wahrscheinlich kommt uns gleich wieder welche entgegen. Eins, eins geht noch. Mal gucken, wir kommen wirklich nur einen, aber natürlich gut. Da kommen jede Menge. Ich glaube, ich gehe mal in den Tieffliegermodus. Und hole direkt mal die Bombenrunde. Nee, am anderen Punkt kriegen wir nicht mehr. Oh ja, da kommt ja alles. Heiliger Kavimstu. Lieber mal schnell weg. Ich glaube, ich muss weg. Da kommt ja wirklich alles. Die sollen auch, ich kann ruhig auf mich schießen, aber die anderen müssen wir eben, weil die Leute holen. Sonst lebe ich hier nicht lange, wenn da so viele kommen. Egal, machen wir hier nochmal eine Bombe drauf. Dann kriegen die anderen weniger auf den Kopf. Puts. Ich glaube, wir wurden verfolgt, aber unsere Verfolger haben es, glaube ich, nicht geschafft. Jawohl, Boden zieht es zerstört. Wir versuchen jetzt mal zum Hauptquartier vom Gegner zu kommen. Mal gucken, schauen wir mal. Wo wir da durchkommen, ab durch die Mitte. Lassen wir uns eine Bombe fürs Headquarter aufheben. Wo wir vielleicht sogar beide. Weiß nicht, ob eine reicht. Wir haben Verfolg. Jetzt zieht ja gar nichts ab. Oh je, bis zum Headqualler komme ich nicht mehr. Oh, der trifft ja gar nichts, der Type. So, hauen wir hier eine Bombe drauf. Das verfolgt einer, aber der trifft so wenig. Leider habe ich gleich keine Bomben mehr, um so den Sieg zu holen für uns. Achtung! Bombe! Oh je, Pilot verletzt. Ich habe die Bombe nicht getroffen. Schade. Ich glaube, ich werde gerade gejagt von allen. Am Raten. Jawohl. Jungs, ich bringe was mit im Schlepptau. Aber ich bin zu langsam. Wesentlich zu langsam. Vielleicht hilft der andere mir. Noch lewe ich. Jawohl, die lassen von uns ab. Kann man aber es kaputt jagen. Ne, da komme ich nicht ran. Blöd. Und da komme ich hin. Oh, hierher habe ich die Bombe mitgenommen. War kaputt. Jawohl. So, nehmen wir uns mein nächstes Ziel gleich vor hier. Wir sind meine anderen Jungs. Wir sind noch zu dritt. WTF, wo bümmeln die Rumpen. Nein, das reicht nicht. Muss ich abdrehen. Hier haben wir noch eins. Das reicht auch nicht. Warten scheiß. So ein Bockmist aber auch. Aber wir werden gejagt. Ja, und sie acht einer. Er kriegt uns nicht hin. Ich finde es lustig. Na ja, gleich hat er uns aber. Dann können wir nicht mehr überlegen. Wir überlegen. Überleben. Mal jetzt kamikaze-Flug in das Gebäude rein. Ne, ob ich nicht so weit komme. Vielleicht kriege ich jetzt einen, der kriege ich nicht mehr kaputt. Schade. Waren sie alle bei mir. Vielleicht können die anderen noch was reißen. Aber ne, die haben jetzt fünf Gebäude. Das wird nichts mehr. Kriegt der andere unten. Er hat auch so einen dicken. Warum kriegt der da nichts kaputt? Ich habe alles angepupst. Echt? Die Flieger jetzt nicht, aber... Vielleicht räumt er noch was ab. Gucken. Kommt natürlich dann, wenn wir schon kaputt sind. Was macht der andere Babbo? Oje, oje, oje. Oje. Hinterbarm voll mit. Oh Mann. Was macht denn der da? Der soll... Der kriegt ja das niemals hin. Der muss unbedingt ein Gebäude kaputt machen. Oder einen Gegner abschießen. Er versucht seinen Flieger zu retten. Hätte ich glaube ich jetzt auch gemacht. Obwohl, da vorne ist ein Gegner. Ja, schade. Ich hätte gerne mehr Bomben. Ah, er opfert seinen Flieger. Ist ihm egal. Er nimmt nur einen mit. Schade. Er hätte ihn fast noch gehabt. Schade, schade, schade. Hätte er da eine Runde fliegen können. Ja, es ist verloren. Aber war jetzt nichts Spannendes. Wir haben halt vier Gebäude zerstört. Aber er ist ja noch da hier. Aber er reißt ja eh nichts mehr. Er checkt gar nichts. Er ist voll der Lauch. Er fliegt da mit seinem Papierflieger. Ich weiß gar nicht, wie er mit seinem Leben klarkommen soll. Er soll denn in der Ecke. Also bis zum nächsten Mal. Wenn es dir da ist. Let's play World of Warplanes. Bis dahin, haut da rein. Euer Chris.